So, das gehört jetzt noch zu diesem Video. Innocent Crypto Kitty Nummer 19. Gerade noch eine Diskussion mit einer anderen Freundin von meiner Mutter. Und so nach dem Motto, du musst in das Rentensystem einbezahlen, damit ich meine Rente bekomme. Oder die andere Freundin, ja du musst entmündigt werden, damit ich an deine Stelle treten kann als Erbin. Früher oder später zerfällt ja dieses Rentensystem sowieso. Bist du politisch korrekt? Politisch korrekt sein wie Adolf Hitler. NAMM! Ne�! das ein